Und was da ist jetzt für ein komisches Hintergrund? Du verstehst das, was ich jetzt auch nicht. Was ist hier passiert? Wollen wir das wissen? Einer nur noch! Ein Laptop nur noch und dann wird die Herausforderung aufgemeistert. Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Okay, der ist jetzt nicht erreichbar. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ja, das war klar. Medaille. Beobachter im Wald. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Hm, etwas makaber. Ja. Ja, aber nur ein bisschen. So, okay, dann gehe ich erstmal hier weiter. Okay. Ich habe doch gerade jemanden gehört. Kann ich nicht ausfluten? Okay. Okay, da ist nichts. Okay. Voll. Also voll. Aua. Ah, da ist Jacob. Was hat sie aufgehalten? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da drüben kommt er raus! Achtung! 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 Wir haben sie! Sie sind auf den Schienen! Lass sie nicht entkommen! Übernehmen Sie das alles hier im Wasser. Ja, komm, schrub, 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 schrub. Schrub, 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 schrub. Ah, 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 ah. Schon wieder im Eiskampf. So. Ach so, ich musste da rüberspringen. Oh, sag das doch. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Falsche Taste getötet. Scheiße. Und jetzt darf ich alles wieder von vorne machen, ne? Ja, natürlich. Natürlich, jetzt auf einer Seite. Okay, nochmal das Ganze. So. Jetzt aber etwas besser. Oh, das wird knapp. Alter. Sie stillen hier aber auch mal. Und... Lauf, 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 lauf. Oh, die hell, ich komm hin. Und schon wieder in die Stasse. Toll. Aber diesmal habe ich es, glaube ich, geschafft. Ja. Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Er ist jetzt tot. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur mein Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er... Besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch... war ein Streit. Ja. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas... davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man... Man müsste sie... erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich sie, ihre Suche nicht aufzugeben, sondern ihren Weg zu ändern. Schließen sie sich uns an. Helfen sie uns gegen Konstantin und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen sie das Tal lebend. Im Wissen, dass sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können... oder wollen. Ich bekämpfe Trinity mit ihnen. Aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Wieder allein. Erreichen sie das Kupferwerk. Ein neues Abenteuer wartet auf sie. Danke, dass sie Baba Yaga, der Template der Hexe für Arise of the Tomb Raider gekauft haben. Einsatzziele werden mit rosa Markierungen auf ihrer Karte dargestellt. In der Soffiertanlage wartet eine neue Mission auf sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Okay. Jacob, sind Sie da? Verdammt! Wo ist ihr? Regionsübersicht zeigt eine Liste aller verfügbaren Sammelnobjekte, Missionen und Geheimnisse in einer Region. Okay. Kann ich hier noch irgendwie was einsammeln? Nee. Okay. Aber ich würde mal sagen, meine Lieben, dass ich jetzt an der Stelle jetzt erstmal aufhöre. Genau. Das ist das nämlich, glaube ich zumindest, oder? Gibt es hier noch mehr von denen? Hm. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Äh. Moment mal. Missionen. Aha. Okay. Ja, das will ich ja erstmal machen. Oh, dann habe ich doch irgendwo noch ein Laptop übersehen. Scheiße. Okay. Okay. Meinungsverschiedenheit. 0 von 7. Postern verbrannt. Okay. Ins Dunkel. 1 von 5. Höhlenabforschung. Gott. Was habe ich denn da alles jetzt freigeschaltet? Der Kampf um die Flagge. 0 von 7. Sofjetflaggen abgeschnitten. Ah, ja. Das kann ich ja noch nicht machen, weil mir fehlt da ja irgendwie noch so ein Messer, damit ich das auch durchschneiden kann. Das kann ich ja jetzt in dem Sinne jetzt noch nicht machen. Ja, die Mission will ich ja erstmal machen mit den Funktürmen, damit ich das erstmal abschließen kann. Und dann würde ich, wie gesagt, erstmal dann Baba Yaga Mission machen. Die Unruhen im Siegewerk. Interessant. Ah, das ist jetzt auch wieder aktiv, die Mission. Okay, gut. Okay, jetzt bin ich dann hier in dem Bereich. Das heißt, im nächsten Part werde ich auf jeden Fall die Mission erstmal absolvieren. Mit den Funktürmen. Und dann machen wir das hier mit dem Sägewerk als nächstes. Genau. Und dann werde ich hier natürlich auch ein bisschen Missionsgeber. Achso, das ist der Missionsgeber mit den Funktürmen. Ja, okay. Oh ja, und jetzt sind ja hier auch noch die restlichen Sachen auch noch freigeschaltet mit der Karte. Hier mit den Truhen und mit den Dokumenten. Und hier gibt es ja auch noch eine Herausforderung. Das würde ich dann auch in den nächsten Parts auf jeden Fall noch machen. Und wie gesagt, ja, ich würde das hier auf Screen, wie gesagt, jetzt machen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Weil, wie gesagt, das sind ja jetzt nur die Rucksäcke, die ich jetzt hier freigeschaltet habe. Ein Dokument. Und hier ist auch noch ein Relikt irgendwo. Ach nee, das habe ich schon geholt. Und ja, dann suche ich auf Screen dann noch den letzten Laptop in dem Gebiet hier. Und dann, wenn ich das Gebiet hier komplett abgeschlossen habe, dann ist es gut. Genau, so würde ich das dann machen. Also wie gesagt, ich beende jetzt erst die Aufnahme und würde dann jetzt gleich auf Screen hier das alles noch holen. Und dann höre ich am besten hier bei dem Basislager mit dem Funkturm dann auf. Obwohl ich kann eigentlich auch, ja, in dem Basislager dann aufhören. Genau, und so mache ich das dann auch. Okay, mein Lieben, also ich verabschiede mich jetzt erst mal. Mache die Sachen, die ich da euch gerade auf der Karte gezeigt habe, mit dem Laptop da. Die eine Mission, die mache ich da auf Screen jetzt, weil sonst, ich weiß nicht, zieht sich das Projekt ein bisschen unnötig in die Enge. Also ist ja jetzt auch nicht so interessant jetzt, dass ich das jetzt alles aufnehme. Deswegen mache ich ein paar Kleinigkeiten auf Screen, aber ihr werdet storymäßig oder so nichts verpassen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die nächste Aufnahme von Rise of the Tomb Raider wird auf jeden Fall auch bald wieder erscheinen. Und ja, ich würde mich natürlich wieder freuen, dass ihr bei dem nächsten Part wieder dabei seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar freuen, über ein Däumchen nach oben und dass ihr mich weiterhin unterstützt. Und ich bin so happy, dass wir jetzt ein neues Spielzeug haben, nämlich das Sturmgewehr. Yay. Okay, dann bis zur nächsten Folge, mein Lieben. Bis bald. Tschüssi.